Mein Name ist Ute Weiler. Ich bin hier heute von Pilates Bodymotion hier angereist und freue mich auf eine sehr, sehr schöne Stunde. Ganz, ganz neu mit neuen Übungen, die ich gerade erst frisch für euch entwickelt habe. Und zwar auf diesen Yoga-Blöcken. Und mit dem Ausatmen, wenn du die Bauchdecke hochlängst, lass den Kopf sinken. Einatmen, zieh dich wieder in die Länge. Die Krone des Kopfes in die Raummitte, die Sitzhöcker weit nach hinten zur hinteren Wand. Sehr schön. Dein Handrücken nach hinten schieben, die Schulter tief. Atme ein, ein und aus. Lass nur den Arm sausen und hol ihn wieder hoch. Ein, ein. Lass ihn locker fallen wie ein Lasso. Und mit dem Ausatmen steigst du mit der rechten Rippenhälfte auf den Block. Heb links an, heb an. Ja, und geh in die Rotation. Das war super. Lass hier sinken, da ist keiner mehr. Runter damit. Genau. Und ausatmen, steig mit der rechten Hälfte drauf, heb die linke an und... Und ausatmen, steig mit der rechten Rippen. Untertitelung des ZDF, 2020